Schönen guten Morgen vom Stellplatz in Paterwilz. Ziemlich voll die Sache jetzt. Schönes Wetter. Aber wir haben Platz genug. Und jetzt starten wir die nächste Radletour. Richtung Degernsee. Musik So, gehen wir mal ein bisschen berg ab, hier. So ein finsterer Wald. So, gehen wir mal ein bisschen berg ab, hier. So, gehen wir mal ein bisschen berg ab, hier. So, gehen wir mal ein bisschen berg ab. 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 So, gehen wir mal ein bisschen bergab. 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 Das ist eine Grasfarm. Ein bisschen netzig. Ein Alpino. Ein weißer Esel, schau. Die Grasen sind auch schöne. Aber große Dinger sind das. Da ist die ganze Strömung da. Was ist das? Ich kann jetzt da. Ich kann jetzt da umlaufen. Und lass es sich da wieder ein. Dass ich da über den Ding ohe kann. We don't get the Taui Der letzte Anstieg zum Silbersteinsee. Da ist der Tunnel schon. Der letzte Anstieg zum Silberstein. Untertitelung des ZDF, 2020